Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Jan und neben mir steht der Mike. Hey Leute! Wir haben zusammen eine Insider-Merch-Kollektion für euch rausgebracht und Mike erklärt euch mal, was da drin ist. Ja, wir haben uns nämlich ein paar Insider aus unseren ganzen Videos rausgesucht und haben uns letztendlich für drei coole Sprüche entschieden und haben noch zwei Mixed-Shirts gemacht aus einmal Formel-1-Videos und einmal den ganzen Fußball-Videos wie FIFA, PES und Football Manager und alles, was es da gibt. Und das Ganze haben wir uns dann richtig, richtig cool auf die T-Shirts gedruckt. Zwei davon haben wir gerade schon an. Ganz genau. Wir haben zwei verschiedene Farben, ja. Das darfst du nicht, ist zum Beispiel ein Spruch davon. Ich habe das Ganze hier in schwarz und Jan hat das Ganze in army-blau. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Diese zwei Farben gibt es quasi bei allen fünf verschiedenen Varianten. Bei allen fünf verschiedenen Varianten der T-Shirts, genau. Und es gibt von allen fünf Varianten quasi, gibt es auch noch jeweils zwei Männer-T-Shirts, einmal mit so einem Rundteils-Ausschnitt und einmal als V-Ausschnitt. Dann gibt es einen Hoodie Unisex, also auch für Frauen und für Männer ein Premium-Hoodie. Außerdem gibt es dann noch eine Tasse und natürlich auch ein Frauen-T-Shirt, darf nicht fehlen, weil wir haben ja auch weibliche Zuschauer, dafür muss natürlich auch gedacht werden. Denn auch wenn die Männer-T-Shirts eigentlich auch Unisex-T-Shirts sind, also das können auch Frauen tragen, wenn ihr irgendwie keinen weiblichen Schnitt oder so haben wollt, geht das natürlich auch. Und wenn ihr jetzt selber nochmal nachschauen wollt, was es denn jetzt wirklich von uns gibt, könnt ihr bei mir einfach runterscrollen. Da seht ihr schon unter der Videobeschreibung ein paar Sachen, Beispiele eingeblendet. Und dann könnt ihr einfach draufschauen und euch die ganze Kollektion angucken. Bisschen durchstöbern, genau. Einfach mal gucken. Und bei mir gibt es das Ganze in der Videobeschreibung, könnt ihr mal draufklicken auf den Link, auf den ersten. Da könnt ihr euch das alles mal einfach mal angucken, was es da gibt und ob euch was davon gefällt. Und Leute, jetzt haben wir was richtig, richtig cooles für euch, denn alle Leute, die in der ersten Woche bestellen, erhalten mit diesem Rabattcode hier 10% auf die gesamten T-Shirts, auf die gesamte Kollektion, Hoodies, was ihr alles bestellt, egal. 10% auf alles. Für die Leute, die in der ersten Woche bestellen, also wir haben jetzt heute Dienstag, bis nächsten Dienstag, also Montag 0 Uhr quasi, könnt ihr mit diesem Rabattcode komplett 10% auf alles bekommen. Und Leute, wenn euch 10% nicht genug sind, dann haben wir noch ganz viele andere Angebote für euch, denn ihr könnt auf unseren beiden Kanälen Mitglied werden. Wir haben nämlich ein neues System bei den Mitgliedschaften entworfen, beide zusammen. Und je nachdem, auf welchem Kanal ihr gerade schaut, könnt ihr euch rechts um beim i genauer darüber informieren, was für Vorteile es da genau gibt. Jeweils vom Kanal natürlich abhängig, aber die Codes, die Rabattcode für den Merchandise gibt es auf beiden Mitgliedschaften gleich. Ja, in der ersten Stufe bekommt ihr 5% obendrauf, das bedeutet jetzt in der ersten Woche bekommt ihr statt die 10% 15%. 15%, ja. Und ab der zweiten Stufe bekommt ihr nochmal 5% obendrauf, also 20%. Und für die höchste Stufe, für die ganz treuen Fans, die bekommen nochmal 5% obendrauf, also 25%. 15% insgesamt insgesamt. Und wenn ihr einen Hoodie bekommt und ihr kaufen wollt, lohnt es sich allein schon diesen Rabatt zu holen und damit spart ihr dann immer noch weiter. Also es lohnt sich mega und auch schon der erste Rabatt lohnt sich für einen T-Shirt. Also die Rabattcodes, die gibt es quasi immer on top obendrauf, das heißt, wenn es gar keinen Rabattcode aktuell gibt, habt ihr mit den Mitgliedschaften immer entweder mit der ersten Mitgliedschaft 5%, mit der zweiten 10% oder mit der dritten Mitgliedschaft 15%. Immer. Und wenn ihr jetzt gerade 10% aktuell, 10% für alle Leute und die, die die Mitgliedschaft haben, die kriegen die anderen on top, heißt eben dementsprechend bei der besten Mitgliedschaft sogar 25% Rabatt. Und wie Jan schon sagt, das lohnt sich allein bei einem T-Shirt. Die erste Mitgliedschaft, die kostet nämlich nur 2 Euro und für 2 Euro erhaltet ihr nochmal 5% on top, heißt 15% Rabatt. Und dadurch könnt ihr mit dem T-Shirt quasi noch mehr sparen, als ihr für die Mitgliedschaft überhaupt ausgebt. Also das ist perfekt. Also man spart, wenn ihr ein T-Shirt kaufen wollt, die erste Mitgliedschaft, das ist das Beste, was man machen kann. Also wir haben uns selber so total gefreut, als uns das eingefallen ist, dass zu einer Stelle wir tricksen quasi mehr oder weniger das System damit aus, weil es zwei unabhängige Sachen sind. Das ist halt so genial einfach. Also ich finde das eigentlich so cool mit den Mitgliedschaften. Ja, wenn ihr so ein T-Shirt einfach tragen wollt, wir würden uns sehr drüber freuen. Ihr könnt uns natürlich gerne auch einfach ein Foto, wenn ihr eins gekauft habt, von euch dann damit schicken. Ja, auf Instagram und so, wir werden das immer verfolgen oder wo auch immer. Und wir werden das selber natürlich auch in den Videos tragen, auf jeden Fall. Und vielleicht sieht man uns ja auch in echt mal damit rumlaufen, vielleicht sieht man auch jemanden von euch damit rumlaufen. Wir würden uns auf jeden Fall absolut freuen und sind gespannt. Ja, also jetzt einfach mal runterscrollen, euch das abchecken und dann bedanken wir uns jetzt fürs Zuschauen. Schreibt uns in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist und lasst eine Bewertung da. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.